Was ist an technisch-organisatorischen Maßnahmen zu beachten? Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung als unmittelbar geltendes Recht wurden den Verantwortlichen, also öffentlichen Stellen im Land, insbesondere Landesbehörden und Kommunalbehörden, öffentlichen Stellen des Bundes und nichtöffentlichen Stellen weitreichenden neue Pflichten auferlegt. So fordert Artikel 32 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung, dass verantwortliche und Auftragsverarbeiter unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der Implementierungskosten und der Art des Umfangs der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind. Bei der Verarbeitung geht es vor allem um unbeabsichtigte sowie unrechtmäßige Vernichtung, Verlust, Veränderung oder um unbefugte Offenlegung von personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden bzw. um den unbefugten Zugang zu diesen personenbezogenen Daten. Das steht im Artikel 32 Absatz 2 Datenschutzgrundverordnung. Artikel 25 Datenschutzgrundverordnung fordert darüber hinaus von den Verantwortlichen Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel, also in der Konzept- und Implementierungsphase von Verarbeitung und IT-Verfahren, als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung, also während des produktiven Betriebs. Sie müssen sicherstellen, dass die Datenschutzgrundsätze, insbesondere Artikel 5 Datenschutzgrundverordnung, wirksam umgesetzt und die Garantien zur Erfüllung der Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung in die Verarbeitung aufgenommen werden. Solche Maßnahmen könnten unter anderem darin bestehen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten minimiert wird, Personenbezogene Daten so schnell wie möglich pseudonymisiert werden, Transparenz in Bezug auf die Funktionen und die Verarbeitung personenbezogener Daten hergestellt wird, der betroffenen Person ermöglicht wird, die Verarbeitung personenbezogener Daten zu überwachen und der Verantwortliche in die Lage versetzt wird, Sicherheitsfunktionen zu schaffen und zu verbessern. Verarbeitung minimieren, pseudonymisieren, Transparenz herstellen, Sicherheitsfunktionen schaffen und verbessern. Schulen sind angehalten, zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Gestaltung der Verarbeitungsvorgänge technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die darauf ausgelegt sind, die Privatsphäre zu schützen und Datenschutzgrundsätze von Beginn an zu garantieren. Das nennt man Datenschutz durch Technikgestaltung. Durch Voreinstellung sollen Schulen sicherstellen, dass personenbezogene Daten mit dem größtmöglichen Datenschutz verarbeitet werden. Zum Beispiel sollten ausschließlich benötigte Daten verarbeitet, sowie kurze Speicherfristen und begrenzte Zugänglichkeit vorgesehen werden. Das geschieht, damit diese Daten von vornherein nicht einer unbestimmten Zahl von Personen zugänglich gemacht werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von datenschutzfreundlichen Voreinstellungen. Als Beispiel für Datenschutz durch Technikgestaltung können wir nennen die Nutzung der Pseudonymisierung, also der Ersatz personenbezogener Informationen durch künstliche Kennungen sowie Verschlüsselung, also die Kodierung von Nachrichten, damit nur Befugte sie lesen können. Ein Beispiel für die datenschutzfreundliche Voreinstellung ist Soziale Medienplattformen sollten ermutigt werden, die Voreinstellung der Nutzerprofile auf bestmögliche datenschutzfreundliche Weise vorzunehmen, indem zum Beispiel von Beginn an die Zugänglichkeit zum Nutzerprofil eingeschränkt wird, sodass es nicht durch Voreinstellung einer unbestimmten Zahl von Personen zugänglich ist. Auf Schulen übertragen bedeutet das, dass schulisch genutzte Plattformen durch die schulischen Administratoren entsprechend restriktiv und datensparsam konfiguriert werden sollten. Am besten vor der allgemeinen Inbetriebnahme.